Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. In diesem Video werden wir auf jeden Fall uns ein Browsers Video schauen. Das ist sowas wie ein Versuchen nicht zu lachen Video. Ich hatte einfach keine Videoideen und ich habe einfach mal ein bisschen durch YouTube so geschaut. Was gibt es so für Videos, also Videoideen oder sowas. Und ich habe so ein Video gesehen, Browsers versuchen nicht zu lachen. Und Leute, falls es nicht so witzig ist und ich nicht lachen muss, ich lade einfach trotzdem das Video hoch oder so. Weil, ja, ich will ja jeden Tag ein Video hochladen und das gehört halt dazu. Lasst gerne ein kostenloses Abonnenten. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr supporten. Und Leute, ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange rum und wir fangen einfach mal direkt an mit dem Video. Und Leute, ihr könnt mir gerne Videoideen in die Kommentare schreiben. Hoffentlich werden die Kommentare nicht deaktiviert. Auf jeden Fall, Leute, ihr könnt mir gerne, wie gesagt, Videoideen in die Kommentare schreiben. Schreibt mir gerne Videoideen in die Kommentare. Und Leute, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal direkt mit dem YouTube-Video. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. So Leute, wir sind auf jeden Fall bei dem Video. Das Video heißt Browsers Animation Completion Epic und Funny. Und Leute, ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange rum. Und Leute, der Link zu dem Video ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt gerne draufklicken und das Video euch anschauen. Und Leute, ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mal direkt. Los geht's, Freunde. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr auch gelacht habt. Und ich würde sagen, let's go. Der arme Crow. Alter, der arme. Komm los. Alle Themen, bruh. Ach, komm schon, Sandy. Sandy, so gar kein Bock mehr auf nichts. Das ist sowas von meinem Internet, Alter. Manchmal habe ich so harte Lags, dann sieht das einfach nur so aus. Sandy pennt jetzt wieder, denke ich. Bruh. Och, komm. Was habe ich gesagt? Sandy schläft wieder, Alter. Komm schon, Sandy. Mensch, Mensch, Mensch. Lol, Danita und Leon, als sie klein waren. Okay. Das ist der Riesenbär, den sie da gerade machen. Das ist der Riesenbär, den sie da gerade machen. Okay. Woher kommt denn der jetzt, Alter? Der kommt von oben, Alter. Was ist das? Und Leute, falls ich manchmal so irgendwie komisch lacht, das ist sowas von bei mir, so wie ein Grenzen. Ja. Komm, Tick. Jetzt wird aber Tick ganz böse. Okay. Jetzt kommt, glaube ich, der Boxer, oder? Ich habe es gesagt. Oh mein Gott. Lol. Los geht's, los geht's. Och, komm schon. Leute, Werbung ist da. Geil. Genauso Werbung auf meinen Nacken. Weiter geht's. Und tot. Jetzt weint, glaube ich, Nita. Wasserfall. Junge, was ist das? Junge, Genie, what? Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Oh. Och, komm. Wieder lacht's. Alone. Oh. Okay. Bush, Bush, Bush. Och, immer diese Shelly Camper. Immer diese Shelly Camper. Bei mir ist es immer so, wenn ich mit Shelly spiele, dann team mich immer, aber Camper kaum. So würde auf jeden Fall das Bike reagieren. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn einfach so eine Shelly von der Ecke so rauskommt. Okay. Was? Okay. Alle drei. Trippical. Best of Mates? What was that? Who wants some TNT? Another round? What was that? Einfach so irgendwelche Hasen. Rap. Einfach Rap. Was war das für ein Blick? Fake Teaming. Ey, diese Drehung. Da ist der Ehremann Kevin. Aber wie die sich drehen, das sieht so komisch aus. Nerf Shelly. God Mode. Einfach aus dem Nix die Ult. Hm, Junge. Was? Okay, die sind wohl in der Schule. Da kommt Leon. Okay. Oha. Wie kam das so? Junge, diese Blick hier war von den Brawlern, man. Oha. Komm. Ja, ey, was. Der Arme, der ist neu. Chillt mal. Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Junge. Was? Ehrennieter. Wer war? Wer hatte gerade? Oh, Rosadam. Okay. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Er verkauft sein Skateboard für Gems. Oder Powerboard, was auch immer das sein soll. Ich glaube Skateboard. Okay. Neue Gems. Keine... Keine einzigen Brawler aus 1500 Gems gezogen. Okay, sein Zaun und seinen Ball hat er verkauft. Junge, kauf dir doch einfach Sandy, bist du lost? Er kauft sich einfach eine Sandy. Die alle... Hat er sein Zuhause verkauft? Hat er... Hat er... Hat er gerade spielen gesagt? Armer, Deinemike. Armer, Deinemike. Armer, Deinemike. Armer, Deinemike. Armer, Deinemike. Okay. Wer holt jetzt den Smoothie? Mortis. Jetzt geht's aber ab. Oh mein Gott. Der wahre Mortis. Oh mein Gott. War das die Ulti von Deinemike? War das die Ulti von Deinemike? Woopsie. 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 Und tot. Junge, was? Was sind... Was sind... Was sind das immer für Geschreien und Gesichter? Oh mein Gott. Da wird jetzt aber jung. Richtig wütend. Alter. Was? Das war's schon? Alter. Leute. Das ging schon schnell. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja Leute. Das Video ist jetzt auf jeden Fall zu Ende. Ja. Leute. Auf jeden Fall. Ich hoffe euch. Hat das Video gefallen. Wenn ja. Lasst gerne einen Like da. Und einen kostenlosen Abo. Das würde mich auf jeden Fall auch sehr sehr freuen. Und Leute. Schreibt mir wie gesagt gerne Video Ideen in die Kommentare. Und ich hoffe euch hat das Video wie gesagt gefallen. Schreibt mal gerne im Chat. Das ganze ist ja eine Premiere. Schreibt mal gerne im Chat. Ob ihr auf jeden Fall gelacht habt. Und ja. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ja. Leute. Auf jeden Fall. Ich würde sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao. Ciao.